Ist es erlaubt, wenn man einer Schwester verspricht, sie zu heiraten und währenddessen weiter nach einer anderen Frau sucht? Der Prophet, alaihi salatu wasalam, hatte seinen Ehevertrag geschrieben mit Aisha radiallahu anha und hat zur gleichen Zeit Sauda radiallahu anha geheiratet. Also ist da kein Problem darin. Aber man sollte nicht, während man zum Beispiel jetzt mit dieser ersten Frau verlobt ist und man gar keine wirkliche Absicht hat, eine andere zu heiraten. Einfach weiter nach Frauen schauen und so weiter.